Hallo und herzlich willkommen zu diesem neuen Video. Hast du dir eigentlich schon mal die Frage gestellt, welches CO2-System für dein Aquarium die richtige Entscheidung ist? Falls ja, dann bist du hier in diesem Video genau richtig, denn diese Frage möchte ich mit dir heute beantworten. Also, Film ab und viel Spaß! Ja, es gibt verschiedene Wege, wie man sein Aquarium mit CO2 versorgen kann. In diesem Video möchte ich aber vor allem bevorzugt auf die Bio-CO2-Anlagen und auf die normalen CO2-Anlagen, also Druckgas-CO2-Anlagen eingehen. Diese Druckgas-CO2-Anlagen unterteilen sich dann nochmal in Mehrweg- und Einweg-Anlagen. Die Mehrweg-Anlagen sind dann einfach Anlagen, die eine richtige Flasche dann nochmal beinhalten, also eine Flasche, die mehrmals befüllt werden kann. Die Einweg-Flaschen, wie der Name schon sagt, ist ein Weg, das heißt, wenn sie leer sind, dann kommen sie in den Müll. Also persönlich habe ich Erfahrungen gesammelt mit Bio-CO2 wie auch einer Mehrweg-Druckgas-CO2-Anlage in meinem alten Rio 125 mit 120 Litern Inhalt. Und von daher denke ich, dass ich da ganz gut die Erfahrungen aus beiden Welten dann in dieses Video hier mit einbringen kann. Bevor wir jetzt in die Argumentation einsteigen, möchte ich noch sagen, dass wir uns hier auf einen Beckentypen definieren. Denn letztendlich ist es natürlich so, je nachdem wie groß das Becken ist, werden die Kosten natürlich auch unterschiedlich sein. Im Aquascaping geht man halt eher von kleineren Becken aus. Ich sage mal so, bis maximal 120 Liter wird es da das meiste sein, was man da an Becken findet. Im Gegensatz halt in der Aquaristik fängt das halt in der Regel halt eher so bei 60, aber wirklich dann halt 120 Litern auch meistens erst an. Und kann dann halt auch wirklich größere Becken beinhalten. Von daher ist natürlich wichtig zu wissen, welcher Beckengröße man das Ganze machen will. Fangen wir vielleicht ganz einfach mal mit dem Preis an. Wie gesagt, ich beziehe mich jetzt hier auf eine ungefähre Größe von 100, 120 Liter Aquarien, also Inhalt des Aquariums. Fangen wir vielleicht mal einfach mit dem Preis an. Der Preis ist natürlich bei einer Bio-CO2-Anlage, wenn man sie selber bastelt, natürlich sehr gering. Man hat vielleicht die Kosten für ein bisschen Schlauchmaterial. Und ja, ansonsten hat man die meisten Gegenstände sogar schon im Haus liegen. Bei einer Mehrweg-CO2-Anlage sieht es dagegen schon was anders aus. Denn hier liegen die Kosten, je nachdem wie groß man halt zum Beispiel auch den Flascheninhalt wählt, dann halt schon deutlich höher. In der Regel kann man so sagen, zwischen 100 und 200 Euro wird das so ungefähr stattfinden. Je nachdem, ob man zum Beispiel auch eine Nachtabschaltung mit drin haben möchte, ob man eine 2 Kilo Flasche haben möchte und so weiter und so fort. Also da liegen die Kosten schon relativ hoch bei der ersten Anschaffung. Eine Einweg-CO2-Anlage ist dagegen, ich sag mal, eher so im mittleren Bereich angesiedelt. Sie ist jetzt nicht wirklich viel billiger als eine normale Mehrweg-CO2-Anlage. Man merkt aber halt doch schon, dass hier halt vor allem das Einweg im Fokus steht und der Preis halt dementsprechend auch etwas geringer ist als bei einer normalen Mehrweg-CO2-Anlage. Um bei den Kosten zu bleiben, kommen wir einfach mal zu den laufenden Kosten. Hier muss man sagen, dass eine Bio-CO2-Anlage so eher im mittleren Bereich liegt. Das liegt einfach daran, dass man hier halt natürlich zum Beispiel Zucker oder Hefe nachkaufen muss. Und je nachdem, wo man das halt kauft, kommt man vielleicht so, je nachdem, was man für ein Becken auch hat und was man für Austauschzyklen dann wählt, auf ungefähr 25 Euro im Jahr. Das hört sich jetzt erstmal gar nicht so viel an. Es geht aber auch noch billiger, denn meine 2 Kilogramm CO2-Flasche, die ich jetzt hier bei der Mehrweg-CO2-Anlage habe, die hat in der einmaligen Befüllung, also 2 Kilogramm CO2, haben da 16 Euro gekostet bei dem Nachfüller, bei dem ich das nachfüllen lasse. Also es ist auf jeden Fall noch mal billiger als die Bio-CO2-Anlage. Bei der Einweg-CO2-Anlage muss man dagegen halt schauen. Es gibt zum Beispiel jetzt von JBL diese 500 Gramm CO2-Behälter und da kostet halt eins so um die 20 Euro. Wenn man davon so ungefähr 4 Stück braucht, dann liegt man vielleicht bei 80 Euro. Wenn man mal wenig CO2 in sein Becken bringt, dann vielleicht bei 50. Also hier merkt man schon, dass man in den laufenden Kosten bei der Einweg-CO2-Anlage dann deutlich höher liegt als bei den anderen beiden Modellen. Neben den Kosten ist aber natürlich auch der Zeitinvest, also die Zeit, die ich brauche, um dieses System zu betreiben, natürlich relevant. Hier muss man sagen, bei der Bio-CO2-Anlage gehe ich davon aus, dass es einen mittleren bis eher höheren Zeitaufwand gibt, denn man muss zum Beispiel diese Anlage extrem oft warten. Also es kann halt sein, dass sich zum Beispiel ein Schlauch zugesetzt hat, dann würde auf einmal der Kanister sehr viel Druck abbekommen und dann würde das zum Beispiel platzen. Das will man nicht, deswegen muss man das halt häufig kontrollieren. Natürlich muss man dann auch in engeren Abständen im Gegensatz zu den anderen Systemen halt zum Beispiel das Wasser oder die Gärflüssigkeit nachfüllen. Das heißt, man geht da so von aus, ich habe die Erfahrung gemacht, so zwei bis drei Wochen kann man diese Gärflüssigkeit bei mir in dem Kanister lagern. Dann musste ich halt das Ganze erneuern und das kostet natürlich Zeit, das alles zu machen. Da hingegen muss man sagen, dass die zwei CO2-Anlagen, also die richtigen CO2-Anlagen, dagegen halt eher einen geringeren Aufwand haben. Das kommt halt immer darauf an, wie man das Ganze sieht. Also nehme ich jetzt zum Beispiel auch die Beschaffung von Zucker bei der Bio-CO2-Anlage mit rein, was ich einfach bei einem normalen Einkauf mitmachen kann. Und zum Beispiel dann auch bei einer normalen Anlage, CO2-Anlage, die Nachfüllung zum Beispiel einer Mehrwegflasche mit rein. Dann kann es natürlich sein, je nachdem, wie bei euch die Versorgung mit CO2-Nachfüllern ist, dass das halt dann sich, wenn man das mal summiert auf, ja ich sage mal plus, minus, was auch immer, angleicht. In der Regel muss man aber sagen, dass die CO2-Anlagen halt deutlich geringer vom Aufwand her sind. Das mag vielleicht nicht gerade so krass sein, aber man merkt es halt dann doch schon, dass es da geringer ist. Weil hier muss man halt die Flasche, zumindest meine 2-Kilogramm-Flasche, habe ich einmal im Jahr nachgefüllt. Das heißt, ich bin zum Versorger gefahren, habe die dann halt da nachfüllen lassen. Das war ein etwas weiterer Weg, deswegen meinte ich das eben, dass man das mal summieren sollte. Aber letztendlich ist es halt so, dass man diese regelmäßigen Arbeiten dann nicht bei hat, sondern halt da nur einmal vielleicht irgendwie eine halbe Stunde zu diesem Nachfüller hinfährt und dann halt wieder eine halbe Stunde zurück. Irgendwie sowas halt. Von daher ist es halt da ein schwieriger Punkt, wobei halt die Bio-CO2-Anlage eher zeitintensiver ist als die anderen zwei. Dann ist natürlich auch die Frage, stört diese CO2-Anlage mein Design? Das ist jetzt natürlich eine sehr individuelle Frage. Gerade hier spielt es halt vor allem eine Rolle, ob ihr eher in der Aquaristik angesiedelt seid oder eher im Aquascaping. Die Aquascaping-Kollegen werden wahrscheinlich halt eher wirklich auf das Design achten. Sieht mein Setup clean aus? Habe ich da vielleicht so einen komischen Kanister neben stehen? Sieht das Ganze total blöd aus? Dann brauche ich mir gar nicht die Arbeit mit dem Becken zu machen. In der Aquaristik sieht das dann ein bisschen anders aus, weil hier ist es halt eher so, dass man halt vielleicht eher auf das Funktionale drauf guckt. Von daher kann auch mal ein Kanister neben dem Becken stehen oder halt im Unterschrank. Ja, von daher muss man hier sagen, dass die Bio-CO2-Anlage natürlich gerade auch im Eigenbau, da gibt es natürlich auch Sets, die man kaufen kann, aber dann ist zum Beispiel auch der Preisvorteil weg. Gerade wenn man es selber gebaut hat, ist es natürlich so, dass das Design, ich sage jetzt einfach mal, zu wünschen übrig lässt. Also eher schlecht ist. Bei den anderen zwei Anlagen, also bei der Mehrweg und Einweg, tut sich das jetzt gar nicht so viel, sondern es ist halt einfach ein eher cleanes, gutes Design. Wenn wir dann auch nochmal auf die Einbring-Methoden schauen, dann können wir auch feststellen, dass wir hier Unterschiede haben. Nämlich bei der Bio-CO2-Anlage sind wir darauf angewiesen, in der Regel halt ohne Druck zu arbeiten. Es gibt Anlagen, die fahren mit Druck. Die werden halt einfach durch diese normale Gärung mit Druck betrieben. Finde ich aber aus meiner persönlichen Sicht total fahrlässig, so etwas zu betreiben, weil es kann halt immer mal passieren, dass sich irgendwie extremer Druck aufbaut, auch wenn diese Behälter dann dafür gemacht sind, letztendlich. Aber ich finde halt, dass eine Bio-CO2-Anlage ohne Druck betrieben werden sollte. Deswegen gehe ich hier davon aus, dass man halt hier zum Beispiel einen Topper oder einen Flipper wählt. So etwas halt wie eine Puff-Radschale. Die ist halt ziemlich gut, gerade weil halt die Produktion von CO2 bei der Bio-CO2-Anlage nicht konstant ist. Auf der anderen Seite muss man sagen, gerade bei den CO2-Anlagen können wir halt da eine größere Auswahl fahren. Man hat halt natürlich hier die Auswahl zu dem, was die Bio-CO2-Anlage auch bietet, also einen Topper oder einen Flipper. Man kann aber auch zum Beispiel einen Diffusor einsetzen, der halt dann das CO2 in ganz, ganz, ganz feine Mikrobläschen quasi zerteilt und somit halt noch eine wesentlich höhere Effizienz damit reinbringt. Man kann aber zum Beispiel auch einen Inline-Diffusor nehmen, den man halt dann gar nicht im Becken sieht, sondern direkt zum Beispiel an seinen Außenfilter dranhängt. Je nachdem kann es auch sein, dass die Zuverlässigkeit einer CO2-Anlage wichtig für jemanden ist. Hier ist es so, dass die Bio-CO2-Anlage eher so im geringen bis mittleren Zuverlässigkeitsbereich liegt. Ganz einfach aus dem Grund, da wir halt Bio-CO2 kaum steuern können. Also man kann es halt höchstens steuern in dem Falle, dass man halt zum Beispiel die Temperatur regelt. Das ist aber dann halt zum Beispiel auch wieder ein Fehlerfall, wenn zum Beispiel das Becken auf einmal im kalten Flur oder in einem kalten Zimmer im Winter steht, dann kann es halt sein, dass die Hefe quasi in einen Energiesparmodus reingeht aufgrund der Außentemperatur und deswegen halt weniger CO2 produziert. Im Sommer kann es dagegen sein, dass es halt sehr viel CO2 produziert wird, weil die Temperatur relativ hoch ist. Von daher sind wir hier nicht so zuverlässig. Auf der anderen Seite muss man sagen, dass die Mehrweg- bzw. Einwegsysteme halt sehr zuverlässig sind, sofern sie halt normal gewartet werden. Die Flasche voll ist, kann man hier davon ausgehen, dass immer die konstante CO2-Konzentration in deinem Becken drin ist. Nachdem wir jetzt diese Vor- und Nachteile besprochen haben, kommen wir einfach nochmal zu zwei Punkten, die ich jetzt auch noch ansprechen wollte, nämlich der Beckengröße bzw. dem Einsatzzweck. Bei der Beckengröße muss man sagen, dass eine Bio-CO2-Anlage natürlich limitierter ist als eine normale Druckgas-CO2-Anlage. Das liegt einfach daran, dass eine Bio-CO2-Anlage natürlich über eine Gärflüssigkeit funktioniert, die halt aufgrund der alkoholischen Gärung dann vonstatten geht. Und hier ist es halt so, dass man natürlich auch erstmal eine Menge an CO2 produzieren muss. Und da kommt dann halt natürlich auch der Platz ins Spiel. Gerade wenn man halt größere Becken pflegt, müsste man natürlich größere Behälter haben, wo man dann letztendlich auch seine Gärflüssigkeit mit einbringt. Und irgendwann ist es halt einfach so, dass man sagt, okay, ich kann mir zwar einen 5-Liter-Kanister neben das Becken stellen, aber möchte ich da zum Beispiel einen 20-Liter-Kanister neben haben? Eher weniger. Also deswegen ist es halt hier begrenzt. Hier sollte man dann vielleicht darauf schauen, dass man so ungefähr in einem Bereich so bis zu 150 Litern bleibt. Es gibt Leute, die machen das mit 200, 300 Litern. Ist alles schön und gut, aber aus meiner Sicht ist es halt so, dass Bio-CO2 sich vor allem eher so bis zu 150 Litern eignet, weil alles andere ist dann halt zu groß schon. Bei den Druckgas-CO2-Anlagen, egal ob Einweg oder Mehrweg, gibt es dagegen eher keine Beschränkungen, weil man kann sie halt so steuern von der Konzentration her, dass sie egal, ob es jetzt ein kleines Becken, ein 60-Liter-Becken ist oder ein 300-Liter-Liter-Becken, dass man da halt ganz gut das alles steuern kann. Beim Einsatzzweck kommen wir dann auch schon so ein bisschen zum Ziel beziehungsweise zu der Lösung des Ganzen. Denn letztendlich muss man halt schauen, für welchen Einsatzzweck sind diese CO2-Systeme denn gemacht. Bei der Bio-CO2-Anlage ist es halt eher so, dadurch, dass sie halt weniger zuverlässig ist, eine geringere Konzentration vielleicht auch liefert, dass sie halt eher in der Aquaristik zu finden ist. Denn hier haben wir meistens Pflanzen, die halt keine hohen Ansprüche zum Beispiel an Licht oder CO2 stellen. Und da kann man halt auch mal verkraften, wenn die CO2-Anlage zum Beispiel nicht sofort angelaufen ist oder halt eine etwas geringere Konzentration hat, weil die Häfen im Moment nicht so gut arbeiten. Bei den Druckgas-CO2-Anlagen kann man zum Beispiel auch sagen, okay, hey, die sind sehr zuverlässig, die können gut das Becken mit CO2 versorgen. Gerade hier in dem Aquascaping-Bereich, wo dann halt Pflanzen auch wirklich auf CO2 angewiesen sind oder dein Becken auf CO2 angewiesen ist, ist es halt natürlich gut, dann solche Anlagen einzusetzen. Also man sieht schon, dass die Anlagen so einen gewissen Aquaristik-Aquascaping-Bereich vertreten. Ja, ich hoffe, mit der vorherigen Argumentation ist das einigermaßen klar geworden, was ich jetzt auch in den letzten Jahren mit den Videos sagen wollte. Vielleicht hat der ein oder andere Zuschauer nämlich dann halt die Schlüsse gezogen, dass ich halt eher pro Bio-CO2 bin. Das ist eher weniger der Fall. Mir geht es letztendlich nur darum zu sagen, hey, guck ganz genau, in welchem Bereich du bist. Es macht jetzt keinen Sinn zu sagen, ich bin Verfechter einer Bio-CO2-Anlage genauso wenig wie ich. Du musst auf jeden Fall eine Druckgas-CO2-Anlage haben. Für mich kommt es halt sehr stark auf den speziellen Fall, den du bei dir zu Hause hast, an. Wenn du jetzt zum Beispiel sagst, hey, ich bin ein normaler Aquarianer in der Aquaristik, hab ein paar Pflanzen drin, haben jetzt keine hohen Ansprüche, hab vielleicht auch nicht die Top-Beleuchtung, nimm zum Beispiel auch keinen Dünger ins Becken mit großartig da rein, vielleicht einen Volldünger oder was auch immer nur und das war's, dann macht es vielleicht eher Sinn, einfach mal mit einer Bio-CO2-Anlage einzusteigen, wenn du sagst, hey, ich will einfach mal gucken, wie meine Pflanzen auf CO2 reagieren, als ich dann für 100, 200 Euro, was auch immer, dann halt eine richtige CO2-Anlage zu kaufen. Auf der anderen Seite muss man natürlich sagen, gerade für diejenigen, die vielleicht auch schon fortgeschritten sind beziehungsweise eher in die Aquascaping-Richtung mit reingehen, zum Beispiel halt auch in ihrem Becken sehr anspruchsvolle Pflanzen haben und halt auch sicherstellen müssen, dass sie immer eine konstante CO2-Konzentration im Becken haben, ist es vielleicht dann sinnvoller zu sagen, hey, ich kaufe mir eine Druckgas-CO2-Anlage. Das kommt halt wirklich auf deinen speziellen Fall an. Schau dir einfach an, was du mit der Argumentation von eben machen kannst und dann kannst du mir gerne ja einfach mal unten in die Kommentare reinschreiben, für was du dich jetzt genau entschieden hast und vielleicht auch gerne warum, damit dann hier alle Zuschauer dann vielleicht auch nochmal das Pro und Contra dieser Systeme kennenlernen können. Also, ich hoffe, ich konnte dir mit diesem Video helfen und ich würde sagen, wir sehen uns im nächsten Video wieder. Bis dahin. Ciao. Ciao.